Ist eine neue Fahrradtour geplant. Es besteht da eine Idee, zusammen mit Alex, also Roofless Cat. Tatsächlich hatten wir die Idee unabhängig voneinander. Das kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, die Story. Wisst ihr was, Leute? Wir machen mal, haben wir jetzt, glaube ich, länger nicht mehr gemacht. Wir machen einfach wieder auf ganz entspannt eine kleine Q&A-Runde. Ihr könnt einfach Fragen stellen, ich beantworte die euch. Aber ganz wichtig, zum Thema Seven vs. Wild kann ich euch nur eine Sache sagen. Im November geht's los. Alle weiteren Fragen zum Thema Seven vs. Wild werde ich hier nicht beantworten. Ich bin diesmal komplett strikt. Auch nicht so ein bisschen. Würdest du eine Wandertour machen, wie zum Beispiel der eine, der durch China gelaufen ist? Ich habe schon verschiedenste Wandertouren gemacht und habe auch einige Touren vor, die zu Fuß sind. Beziehungsweise halt mit unterschiedlichen Verbringungsvarianten. Ne, Verbringung ist das falsche Wort. Sei es mit Fahrrad, sei es vielleicht mit Tourenski, sei es mit zu Fuß. Oder irgendwelche anderen Sachen, klar. Aber auch da wieder, ich bin nicht der Typ, der jetzt irgendwie den PCT läuft und sechs Monate irgendwie von Kanada bis Mexiko läuft. Das bin ich nicht. Wann kommt eine Kooperation mit Brabus? Die sind ja jetzt auch auf YouTube unterwegs. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Ich bin natürlich für eine Kooperation da sehr offen und würde mich über einen G900 Rocket sehr freuen. Den würde ich auch sehr gerne und viel in meiner Community präsentieren. Ist ein schönes Auto. Aber ich bezweifle, dass Brabus da Lust drauf hat. Oder dass die sagen, ja, das können wir mal machen. Aber wäre ich natürlich offen für. Welche Videos kommen nach der Peru-Reise? Ähm, Staffel 2. Seven Rose White, Staffel 2 im November. Ist nochmal tauchen geplant? Ähm, aktuell nicht. Zumindest kein Scuba-Diving. Ähm, aber auf jeden Fall das Thema Freediven. So, das ist für mich eine Sache, die macht mir super Spaß. Habe ich dieses Jahr auch schon, habe ich mehrfach gemacht? Ich glaube schon. Ähm, werde ich wahrscheinlich sogar dieses Jahr auch nochmal machen. Ähm, das macht mir einfach Spaß. Geräte tauchen, ja, auch cool, ist aber so eine Ultra-Material-Schlacht. So. Und beim Freediven hast du halt ein bisschen Kram dabei. Und das, das macht mir schon richtig, richtig Bock, muss ich sagen. Als die Kangals vor dem Zelt standen, hattest du ein Messer in der Hand, bereit dich zu verteidigen? Ähm, mein Messer, das ich mit hatte, war ein Schweizer Taschenmesser. So groß. Und wenn ich es in der Hand habe, geht die Klinge bis hier. Das, das ist nicht mal eine arretierbare Klinge. Was soll ich damit ausrichten? Da kann ich wahrscheinlich, nein. Nein, hatte ich nicht. Würdest du mal mit uns den Brabus im Stream konfigurieren? Geht sowas? Kann man das? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ob die da so eine Konfigurator für haben. Das geht, ja? Ja, können wir immer mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt. So, just for fun. Hast du deinen Führerschein wieder oder musst du den nochmal neu machen? Bin ich, also den Führerschein werde ich nicht wieder bekommen. So viel kann ich euch schon mal sagen. Also wenn, dann muss ich ihn auf jeden Fall komplett neu machen. Ähm, mein Plan ist tatsächlich auch, wenn ich ihn neu mache, äh, eventuell gleich komplett mit Motorrad und Anhänger zu machen. Weil ich tatsächlich auch so motorradmäßig ein bisschen Bock auf was hätte. Äh, Fabio hat ja auch Motorradführerschein. Otto auch. Könnte ich mir auch was Geiles vorstellen. So, motorradmäßig, so eine kleine Tour durch ein paar Länder. So, durch Wasser und draußen pennen und Geröll und sowas, ja. Äh, wann das sein wird, keine Ahnung. Ist, ich halte euch auf dem Laufenden, aber gibt's aktuell nichts, was ich euch sagen kann. Äh, neue Loadout-Vorstellung für Airsoft geplant. Also das Ding ist, ich baue mir tatsächlich gerade ein neues Loadout auf komplett. Ihr kriegt es ja ein bisschen über Instagram mit. Da zeige ich euch ja immer hier und da ein paar Sachen. Und es kommen einige Sachen an. Macht man da ein Loadout-Video? Ja, könnte man, könnte man wahrscheinlich schon machen, ne. Würde wahrscheinlich den einen oder anderen interessieren. Ist das so ein, ist das so ein Ding? Würde es auf den Hauptkanal passen? 1,7 Millionen Aufrufe. Ja, da können wir doch mal wieder eins machen. Och, was ich hier für eine Maske, Alter. Krass, was ich hier gespielt habe. Ho, ho, guck dir das mal an. Ja, ja. Ja, könnte man überlegen, ob man da mal wieder was startet, ja. Auch mal auf dem Live-Kanal bringen, den guten IAL-Konten. Ja, aber das muss ja schon, wenn dann geil gefilmt werden. Also wenn, dann muss das ja sick. Richtig schön mit tiefen und schärfen Post-Lomo-Aufnahmen. Und nicht hier Handy-Ding an und dann bla bla. Hier, das ist das, was ich dabei habe. Ne, das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Boah, was kostet so eine Airsoft-Aufrufe so mit Waffe? Schwierig zu sagen. Schwierig, schwierig zu sagen. Es ist, es geht wahrscheinlich los bei irgendwie 100 Euro. Und oben ist eigentlich keine, keine Grenze. Also ich kann euch nur so viel sagen, dass das Loadout, was ich mir gerade zusammenstelle, auf jeden Fall das teuerste Loadout ist, was ich je hatte in dem Bereich. Mit Abstand. Mit sowas von Abstand. Ich müsste mal wirklich dann alles zusammenrechnen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das aktuelle Loadout so irgendwas so bei 7500 Euro liegt vielleicht. Also aus dem Bauch raus. Keine Ahnung, ob das jetzt stimmt. Aber wenn ich so ein paar Sachen überschlage, dann irgendwann zwischen 5.000 und 10.000 Euro, schätze ich. Hast du oder würdest du dir einen E-Roller anschaffen? Ne, ich habe keinen. Weiß nicht, irgendwie finde ich es schon, ist auch cool, mal anstatt damit so schnell irgendwo hinzufahren so. Aber könnte ich auch mit dem Fahrrad dann einfach fahren, ne? Was, wirklich so teuer? Na, da ist halt, da ist halt real shit, ne? Allein nur das Headset, der Pelto, mit der passenden, äh, 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 Dings dazu, sind wir schon bei 1.000 Euro. Das ist nur Headset mit diesem Knopfding dazu. Das ist immer grob bei 1.000 Euro. Die Waffe mit allem drum und dran, dem ganzen, allein der, der, der Kompressor, den ich mir gekauft habe, der hat 400 Euro gekostet. So, nur damit ich die Tanks mal kurz auffüllen kann. Da, ich glaube schon, dass du da, dass du da schnell auf 7,5 oder sowas kommst. Ja, ich habe mir auch echte Platten bestellt. Ich habe mir komplett echte Platten bestellt für die Weste, die da reinkommen. Ich bin komplett eskaliert. Ich habe mir den kompletten realen Shit geholt. Wie gesagt, mit HPA-System und dann noch Anbauteilen und noch drei Wechselflaschen und, ähm, Klamottentechnisch, Helm. Ich glaube, allein das Cover, das Cover für den Helm kostet 100 Euro. Was empfiehlst du als Maximalbudget für eine Anfängerausrüstung? Das kann ich ja so nicht sagen. Das hängt ja damit zusammen, wie viel Geld du hast, wie viel du ausgeben möchtest. Wie gesagt, du kannst, je nachdem, wo du halt spielen willst, so realistisch gesehen, naja, so 1.000 Euro brauchst du schon mindestens, oder? Sag jetzt mal ganz ehrlich. Wenn du so gar nichts hast und du willst spielen, ist halt die Frage, ob du jetzt sagst, ey, pass auf, ich ziehe eine alte Jeans an, ich habe noch alte Wanderschuhe, die habe ich, dann ziehe ich halt einen Pullover und eine Jacke an. So, brauche ich auch alles nicht. So, das heißt, ich, aber du brauchst ja schon mal die Waffe, du brauchst einen Sling, du brauchst Munition, Ersatzmagazine. Eigentlich brauchst du dann auch eine Weste, wo du die Ersatzmagazine reinmachen kannst. Wenn du richtig geil und ordentlich spielen willst, dann brauchst du auch Funksystem, brauchst du als Anfänger vielleicht nicht unbedingt, aber so, da brauchst du eine ordentliche Brille, du brauchst eine Backup-Geschichte, mit der du noch im Gebäude spielen kannst. Dann brauchst du dafür eventuell Flaschen, Kompressoren oder Ladegeräte, Ersatzakkus, Ersatzmagazine. Also eine gute Waffe bei Begadi, 400 Euro, da mündigst du aber auch noch einen Akku, eine gute feste 150, dann GBW-Pistole auch mindestens 100 Euro. Ja, da brauchst du aber auch noch eine Optik drauf und so weiter. Und mit Ersatzmagazine brauchst du vielleicht 150 Euro, da man keine Sidearm sofort benötigt und vier Magazine. Du kannst natürlich mit 150 Euro anfangen, da wirst du aber keinen Spaß mit haben. Das bockt nicht. Ja, muss man sich überlegen, du kannst dir auch eine Pistole für 60 Euro holen, wo du jedes Mal nachrepetieren musst und eine Brille, dann bist du spielfähig. So, kannst du auch machen. Ist aber halt Müll, sodass, dann hockt da irgendwer mit der HPA und haut dir mit zwei Jürgen die Fresse kaputt, so. Wenn dir das Spaß macht, also muss halt dir das selber überlegen. Aber also ich würde aus dem Bauch aus, würde ich sagen, du brauchst schon so einen Taui, brauchst du schon, damit du halbwegs ordentlich spielen kannst. Würde ich sagen. Du kannst ja natürlich auch ein Highcap-Magazin da reinpacken und sagen, ja, pass auf. Oder du spielst nur mit der 0,5er Full Auto, da brauchst du auch keine Backup. Dann machst du da ein Highcap-Magazin rein, da brauchst du auch keine Weste, brauchst keine Ersatzmagazine. Spielst du nur mit einem Akku und lässt die Klamotten komplett weg. Dann kannst du vielleicht auch mit 300, 400 Euro reinstatten. Meint ihr die Stiefel, welche in der Dusche getestet wurden? Achso, die habe ich aber nicht in Schweden. Wie meinst du die hier? The Jungle Boots. Ich trage nämlich gerade mein Dschungel-Outfit zum Testen für die nächste Tour. Ja, das sind, äh, äh, wie heißen die? Salomon Jungle Boots. Und wirst du so gut wie nirgendwo finden, machen auch eigentlich keinen Sinn. Also die sind in Deutschland sowieso überall ausverkauft, egal wo du raufgehst. Ähm, das sind die. Salomon Forces, XR Jungle Boots und sowas. Die machen aber für euch hier keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Die sind halt wirklich für den Dschungel konzipiert. Wenn ihr jetzt wirklich krass in den Dschungel gehen wollt. Nicht, wenn ihr hier mal sagt, ich mache einen Bali-Urlaub und ich mache mal eine kleine Tagesthue durch. Da braucht ihr auch keine. Da könnt ihr euch irgendwelche normalen Schuhe, alte Turnschuhe anziehen. So. Ob die was taugen, kann ich euch auch noch nicht sagen. So. Ne? Aber das ist schon sehr, 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 sehr speziell. War das ein indirekter Hinweis, dass deine alte Kleidung bei Seven Wurzweit nicht so optimal war? Mh, 50-50. Na, würde ich so nicht ganz unterschreiben, aber ich habe das, also die Erfahrungen hier raus zum Thema der Geschichte und der Hose und so weiter, beziehen sich eher auf die Peru-Nummer. Ähm, weil in Peru habt ihr ja gesehen, wie ich da unterwegs war. Das sah für mich geil aus. Bin ich super happy gewesen von der Optik. Hat mich komplett abgeholt. Aber das hat keinen Sinn hin und vor, äh, das hat keinen Sinn ergeben. Das ist, das funktioniert, also das, es hat funktioniert, es geht, aber es ist, es hat nicht, es hat überhaupt nicht gut funktioniert. Die Hose war viel zu schwer, ja, wenn, die, war die ganze Zeit, die ganze Tour über klitschnass, ja, dadurch noch schwerer. Warum keine Schuhüberzieher zum Schutz vor Nässe? Was für, was für Schuhüberzieher? Was meinst du damit? Du musst beim Thema Nässe, Dschungel, Feuchtigkeit und sowas, musst du auch immer daran denken, dass du da, dass der Fuß und der Schuh atmen muss. Und wenn du da irgendeinen Gummiüberzug machst, ist da nichts mehr mit Atmen. Und dann schwitzt du in dem Ding, wie soll, dann wird es auch nur nass. Random Mission mit Otto. Wäre eigentlich mal geil, oder? Random Mission mit Otto wäre eigentlich geil. Das wäre schon witzig, aber Random Mission macht ja Martin auf seinem Kanal. Ist eigentlich Martin mal einfach so? Ich schicke Martin mal. Moin, bin gerade im Chat, mach, im Chat wahrscheinlich, im Stream, mach hier gerade eine kleine Q&A-Runde. Und, äh, wir kamen gerade irgendwie auf den Gedanken, oder der Chat kam auf den Gedanken, dass Otto bei Random Mission auch mal geil wäre. So, vielleicht wegen militärischem Background, Bewegungssachen, Tarnen, Täuschen. Ähm, so, stell mal vor, keine Ahnung, wir beide bommeln als, äh, als Security und, ähm, Otto als Agent. Stell ich mir geil vor. Also, wenn du da mal wieder was planst, terminmäßig irgendwie was. Ich meine, ich bin jetzt eh, du weißt es selber, viel, viel unterwegs. Aber wäre vielleicht ein Ding. Kannst ja mal irgendwo, äh, auf den Hinterkopf tätowieren. Tschüss. Ja, anrufen brauche ich hier nicht, die fahren gerade Unimog. Naja, Otto als Agent, das sehe ich aber auch. Ja, sehe ich aber auch. Er hat natürlich keine Chance. Also, der wird ja haupts genommen von uns, ist ja ganz klar. Ist eine neue Fahrradtour geplant. Es besteht da eine Idee, zusammen mit Alex, also Roofless Cat. Tatsächlich hatten wir die Idee unabhängig voneinander. Das kann ich vielleicht ganz kurz erzählen, die Story. Auf der Radreise mit, äh, Paul und Felix zusammen nach Istanbul haben wir andere Radreisende getroffen. Und die haben erzählt, dass die mehrere Wochen in Kyrgyzstan unterwegs waren. Wir können ja mal ganz kurz auf der Karte gucken. Kyrgyzstan, wo Kyrgyzstan überhaupt ist. Bisschen Weiterbildung hier. Genau, und zwar Kyrgyzstan, hier drüben Deutschland mit Nachbarländern, Mittelmeer und so weiter. Wir sind ja hier, äh, bis nach Istanbul gefahren. Dann kommt das Schwarze Meer. Dann haben wir wirklich den großen Bereich mit Georgien, Aserbaidschan, Türkei, Iran, Irak, Saudi-Arabien und so weiter. Dann geht es irgendwann rüber nach Richtung China. Hier unten ist ja auch Nepal dran mit dem Himalaya. Und hier der, weiß nicht, ob das noch zum Himalaya gehört oder so ein Auslauber davon ist. Aber hier oben ist Kyrgyzstan. Und die, äh, haben auf jeden Fall auch heftige Berge. Und hier gibt es wohl eine kranke, kranke Route, beziehungsweise auch so ein Gravel-Road-Abenteuer-Ding. Auch so ein Rennen, was man machen kann, dies, das. Und das kam mir ein bisschen in den Sinn. Und, ähm, irgendwie hat er, ähm, eine Roofless-Cat, also Alex, das auch auf dem Schirm. Und wir haben neulich ein bisschen drüber gequatscht. Und er hat ja auch einen Trail auf seinem Kanal gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ähm, ich hab zu ihm gesagt, ey, ich hätte da mega Bock drauf. Auch mal in einer größeren Gruppe, vielleicht mit einem Fabio, mit einem Maxien. Wer halt alles so Bock hat. Ähm, wahrscheinlich dann aber auch mit einem anderen Fahrrad und nicht mit einem Gravel-Bike. Weiß ich noch nicht. Ist alles Spekulation. Der Punkt ist aber, wir haben jetzt gerade, Ende September, und ich habe einiges vor, das werdet ihr demnächst noch in einem Stream, beziehungsweise in einem Video auf dem Live-Kanal alles erfahren, ein sehr, sehr großes Projekt vor mir, was über sechs Monate gehen wird, auf dem ich weltweit unterwegs bin, auf verschiedensten, auf verschiedensten Touren und Abenteuern. Und deswegen habe ich gerade aktuell keine, keine Nerv, keine Gedanken, äh, so etwas zu planen oder zuzusagen. Ja, das heißt, ich habe da Bock drauf, das ist auch im Hinterkopf, das könnte eventuell was sein. Ich habe aber auch noch zwei, drei, vier andere Varianten, die man machen könnte. Ähm, aber eine Sache, ich habe auf jeden Fall Bock, auch 2023 wieder eine geile Bikepacking-Fahrradtour zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, diesmal weg von der Landstraße rein in geile Natur zu gehen, in Berge zu gehen. Vielleicht halt auch mit einem Mountainbike zu fahren oder irgendwie sowas. Oder einem Gravel-Bike mit größeren Rädern drauf. Ähm, auf jeden Fall wieder draußen pennen. Vielleicht andere Kulturen. Und Kyrgyzstan könnte da vielleicht ein Ding sein. Aber wie gesagt, das ist einfach nur ein Gedanke. Da ist noch nichts unterschrieben, noch nichts fest, weil ich da gerade keinen Nerv für habe, das wirklich zu machen. Aber, ähm, es steht zumindest mal hier im Hinterkopf auf so einer Liste. Weltreise, einmal um die Welt. Äh, nein, fühle ich gar nicht. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie Monate oder Jahre lang weg ist auf Tour. Ich bin gefühlt so maximal, oder so meine liebste Reisezeit für Tour und Abenteuer sind meist so zwei Wochen. So, das kann auch mal drei Wochen sein, wie bei einer Alpenüberquerung oder jetzt auch natürlich auf der Fahrradtour nach Istanbul. Das ist auch noch irgendwie im Rahmen. Und wenn man was ganz krass hat, meinetwegen auch mal einen Monat. Aber alles, was drüber ist, ich sehe mich nicht auf irgendeiner Tour, die jetzt drei Monate geht. Da bin ich einfach nicht so der Typ für. Ja. Was? Krieg in Kyrgyzstan? Ist da gerade Krieg? Habe ich nichts von gehört. Ist natürlich eine Sache. Habe ich mich aktuell, ich habe mich null mit der politischen Lage beschäftigt. Wie gesagt, das ist auch nur grob ein Gedanke. Und wenn es dann in die Detailplanung geht, dann wird man natürlich auch so Sachen wie das Auswärtige Amtschecken, politische Lagen und so weiter. Habe ich gerade gar keine Ahnung, tatsächlich. Hast du auch eine Roofless Cat? Nein, ich habe von Max ein Ja-Mann-Cap. Was macht mehr Sinn im Dschungel? Ein Poncho oder eine gute Regenjacke mit einer Tausender Wasser oder Zehntausender Wassersäule? Meiner Meinung nach ganz klar Poncho. Weil Poncho schmeißt du einmal rüber und darunter ist theoretisch dann alles halbwegs trocken und es lüftet mehr drunter. Du kannst noch ein bisschen mehr atmen und so weiter. Wenn du eine Regenjacke hast, dann brauchst du ja theoretisch noch ein Raincover. Aber zwischen Regenjacke und Raincover läuft sie dann komplett hinten in den Rückenbereich des Rucksacks, wo es dann nass wird und in den Rucksack reindrückt, wenn du keinen wasserlichen Rucksack hast. Dann brauchst du theoretisch ja aber auch noch wieder eine Regenhose. Weil sonst läuft sie ja von der Regenjacke in die Hose und wird die Hose komplett nass. So ist das, was ich meine? Also ich gehe auf Poncho. Ich finde, Poncho ist auch eine super geile Erfindung. Ich mag auch Regenjacken. Regenjacke ist ja auch so ein bisschen gegen Wind und bei Schnee und Schneesturm und sowas. Das ist schon mal was anderes und das bietet mehr Schutz. Aber guck mal, wenn ich in den Bergen unterwegs bin, würde ich ganz leid eine Regenjacke nehmen. Wenn ich Fahrrad fahre, nehme ich eine Regenjacke und eine Regenhose. Wenn ich aber im Dschungel unterwegs bin, wo es eigentlich eher flach ist, wo es nicht windig ist, wo es auch sehr schwül ist und ich eher so ein bisschen das Luftiger brauche, würde ich eher ein Poncho nehmen. Bei Bock ins Game of the Forest zu starten. The Forest Sun war durchgespielt im Stream. Gemeinsam. Vor zwei, zweieinhalb Jahren. Ich warte auf Sons of the Forest. Da habe ich tatsächlich sehr Bock reinzugehen. Aber das ist ja noch nicht draußen. Das soll, glaube ich, nächsten Monat rauskommen, wenn es nicht wieder verschieben. Was für Schuhe trägst du zum Fahrradfahren? So Klickerschuhe, so Fahrradschuhe. Nichts Besonderes. Keine Ahnung. Bin in den Fahrradladen rein, habe mir ein paar angeguckt, ausprobiert und abfahrt. Die haben den neuen The Forest Teil auf 23 verschoben. Echt? Ey, der sollte im Mai 22 rauskommen. Dann haben sie es auf Oktober 22 verschoben und jetzt auf 23. Egal. Egal. Gehen wir bei Talkoff rein. Hast du mal Lust, mit Fabian den Tag auf dem Mountainbike zu drehen? Doch, hätte ich auf jeden Fall Bock. Fehlt mir aktuell nur leider die Zeit und auch die Mobilität. Aber ich bin tatsächlich auch so ein bisschen am Überlegen, nach dem Großprojekt ein paar Sachen wieder mehr runterzufahren. Ich hatte tatsächlich neulich so den Gedanken zu sagen, vielleicht mache ich pro Qualität. Quartal eine große Tour. Also sowas wie eine Fahrradtour. Sowas wie Peru. Sowas wie Seven vs. Wild. Meinetwegen auch die geplante Madeira-Überquerung, die ja dann in Kajak und Wüstiges Bild ist. Aber wisst ihr, was ich meine? Und dass ich dann halt auch einfach wirklich mir sage, nein, es gibt pro Quartal nur eine Sache, damit ich dann die restliche Zeit des Quartals, das sind ja drei Monate, halt auch nutzen kann für so, ich sag mal, klingt so blöd, aber so kleinere Sachen. Dass man sagt, ey, ich hätte mal wieder Bock auf ein Festival zu gehen. Ich hätte mal Bock wieder Airsoft zu spielen. Ich hätte auch Bock, wenn ich Führerschein habe, mich ins Auto zu setzen und ein Auto zu besuchen. Oder mit Fabio irgendwie Mountainbike zu fahren und ein bisschen Grappling zu machen und sowas. Aber aktuell kann ich das so gar nicht. So. Ich bin die letzte Zeit gefühlt nur von einem Großprojekt zum nächsten gehetzt, was auch immer geil ist und ich viel erlebt habe. Aber gerade jetzt steht halt nochmal richtig, richtig viel an. Ich bin die nächsten Monate nur auf krank großen Dingern unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, danach zu sagen, ey, fahr dich ein bisschen runter, mach immer noch keinen großen Scheiß, auf den du Bock hast, aber nicht mehr so Schlag auf Schlag und so viel. So, wisst ihr, wo ich auch einfach sage, ey, einfach auch mal wieder mit Freunden treffen, Billard spielen gehen und auch mal wieder ein bisschen Zeit haben. So, das werde ich in den nächsten Monaten nicht haben. Aber ich glaube, das ist das, was ich mir für die Zukunft wieder ein bisschen mehr wünsche. Ja, auch so, weil jetzt jemand schreibt, wann geht es mit dem Grubenhaus weiter? Grubenhaus ist tot. Kann ich euch noch tausendmal sagen, ihr könnt auch tausendmal nachfragen. Aber Grubenhaus ist tot und da wird es auch nicht weitergehen. Aber natürlich, tatsächlich hätte ich auch Bock zu sagen, mal wieder in den Wald einfach auf entspannt und da wieder ein bisschen rumzuwerkeln. Vielleicht auch mal wieder ein Bauprojekt zu machen, wie auch immer das aussehen mag. Habe ich schon Bock drauf. Einen Fehler werde ich nicht machen. Wenn ich ein Bauprojekt mache und das filmen sollte, dann werde ich es erst komplett bis zum Ende machen, dabei filmen und erst dann rausbringen. Nicht dieses Stück für Stück, das machen wir nicht mehr. Wenn es sowas nochmal geben sollte. Zeig mal die Taschenlampe in deiner Uhr. Ich habe keine Taschenlampe in meiner Uhr. Ich glaube aber, das neue Modell hat eine integrierte kleine Taschenlampe drin. So wie ich das mitbekommen habe. Aber ich hole mir ja jetzt nicht für 800 Euro eine neue Uhr, nur weil die dann eine kleine Taschenlampe drin hat. Meinst du, man sieht dich nochmal als Gastarbeiter bei den Naturensöhnen. Das ist genau das Ding, was ich meinte. Aktuell und auch die nächsten Monate habe ich für sowas überhaupt keine Zeit. Aber wenn ich quasi, wenn das Projekt rum ist, mit den Großprojekten wieder ein bisschen zurückfahre und sage, wie gesagt, ich mache einmal im Quartal ein Ding und dann kommt es auf den Hauptkanal, dann habe ich auch wieder mehr Zeit für genau sowas, wo man einfach mal sagt, ey, ich fahre mal zu den Naturensöhnen, zu Gerrit und Andi, helfe denen ein bisschen mit, wir machen Overnighter, kochen was Geiles zusammen. Hätte ich Bock drauf, aber mir fehlt die Zeit aktuell dazu einfach. Overnighter im Wald, komplett 24 Stunden im Livestream. Fühle ich irgendwie nicht so. Wie stehst du zu Tattoos? Finde ich sehr geil. Auf weiblichen Körpern, hat er nicht gesagt. Das Ding ist, ich persönlich bin nicht tätowiert. Wenn ich mich tätowieren lassen würde, dann bin ich so ein Typ, dann würde ich mich gern komplett zuhacken lassen. Sage ich so, wie es ist. Ich bin jetzt nicht so einer, wo ich sage, ah, jetzt würde ich mir ja mal so einen Schriftzug machen. Wenn tätowiert, dann komplett. Am liebsten gleich Hals komplett hier rein. Gesicht nicht unbedingt so, aber auch komplett Hals hier, komplett gleich auf den Fingern drauf, komplett alles so. Und, ja, da sehe ich mich jetzt gerade noch nicht so. Und der Punkt ist auch, ich bin tatsächlich sehr, würde ich das als pingelig bezeichnen, aber ich habe schon in vielen Dingen einen hohen Qualitätsanspruch, gerade bei Sachen, die nicht mehr änderbar sind. Und ich hätte tatsächlich ein bisschen Angst, wenn ich mir so Sachen überlege, und dann sind die tätowiert, und dann gucke ich mir die an und denke mir so, hm, boah, sieht jetzt gar nicht mal so geil aus, ne? Gut, habe ich mir anders vorgestellt. Gut. Vielen Dank.